Meine Lieben, ich bin eben in der Unterkunft für die nächsten zwei Nächte eingetroffen. Das ist ja ein sehr schönes Haus, aber da wohne ich nicht. Hier ist die Garage, hier ist mein Auto und dann gibt es hier eine Tür. Seht ihr hier, eine braune Tür und die geht zu meiner Unterkunft. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was mich hier erwartet. Ja, zuerst ist natürlich hier eine Garage für mein Fahrrad. Das ist immer sehr schön und dann haben wir hier eine kleine Sitzecke und dann haben wir hier einen versoffenen Kater. Also das passt ja schon so richtig zu mir. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier geht es also rein, immer noch große Spannung. Ja, und dann bin ich hier drin. Also ich finde es so hübsch. Hier ist ein anständiger Tisch, wo man gut essen kann. Hier ist die Küche. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine Flasche Wein von meinem Lieblings-Aldi. Und es gibt auch Süßigkeiten. Hier ist eine absolut schicke, schöne Küche. Mikrowelle, kein Herd, das nicht. Aber das reicht mir, eine Keurig-Maschine für meine leckeren Kapseln. Und wie geht es weiter? Ja, hier ist noch eine nette Ecke. So, ja. Und was steht da? Step aside coffee, this is a job. Ja, die Leute sind mir sympathisch. Step aside coffee, this is a job for wine. Und wir haben es ja gesehen, der Wein steht ja auch hier schon, zu meinem Empfang. Und das nur für zwei Nächte. Und dann haben wir hier das Schlafzimmer. Zwei große Betten, wo ich natürlich nur eines brauche. Fernseher, Schrank. Und hier, spiegelglatter, wunderschöner Boden. So, und das ist mein Badezimmer. Das ist da auch richtig schön gemacht. Toll. Gefällt mir sowas von gut. Das ist schick. Hier wäre ich lieber die drei Nächte geblieben, die ich in der letzten Unterkunft war. Ich hatte da von den Räumen auch die gleiche Anzahl. Schlafzimmer, Küche, Bad. Für mich alleine auch ein Haus, wo niemand drin wohnte. Ich hatte Ruhe, es war ruhig gelegen auf dem Land. Aber, das ist viel schicker. Ach, ist das schick. Oh, ich sehe gerade, wo ist denn, ich habe ja gar nicht einen Schreibtisch zum Arbeiten. Ja, das kriege ich aber gelöst. Da werde ich diesen Tisch nehmen. Und hier ist ja eine Steckdose. Das kriege ich gelöst. Hier wird mir es gefallen.